Der deutsche Dichter, Schriftsteller und Historiker Ernst Moritz Arndt, der von 1769 bis 1860 lebte, äußerte sich zum Thema Sprache wie folgt. Ein geistigeres und innigeres Element als die Sprache hat ein Volk nicht. Will ein Volk also nicht verlieren, wodurch es Volk ist? Will es seine Art mit allen Eigentümlichkeiten bewahren? So hat es auf nichts mehr zu achten, als dass ihm die Sprache nicht verdorben und zerstört werde.